so und damit ich komme zu einem neuen video von high on life im dlc von high on life schön dass diesen komischen hauptquartier diesen max maxion mixion haben sie reingeschickt aber komisch aus ich war letztens video doch erst in den komischen aufgangsstation ja wir haben jetzt wir ja diesen turm da platt gemacht diesen will er ratten haben dann den menschen getroffen der ja der chef von ist obwohl er gar nicht eigentlich wollte sondern eigentlich die zufallschef von den bildern gewonnen haben dann unseren ersten ritten und komischen pompel viel gemacht welches von den parasiten heimgesucht war muss man erst mal ein paar sie unterhalten und sind dann endlich hier in dieser basis gelandet in der eigentlich im letzten video diese kleinen tücher lagen also es dunkel gruselig normal ist nicht denn da ist was ach mal gucken aufdrücke passiert ich habe komische schleim hier war jetzt runterfahren wieder Boah Boah Okay Hat sich Öh leh Soll ich kann Aber sieht auch wieder glücklich aus Die ist auf Die ist So Oh So 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 Was das richtig cool gewesen wäre Ich weiss nicht ob das so ist Wenn Nyphy die Stimme von Rick hätte Und ähm Wie hieß denn die gelbe Knarre nochmal? Die, also die Pistole, die wir sonst hatten Die Stimme von Morty Also die englischen Stimmen Das war richtig witzig Vielleicht war's doch Vielleicht kenn ich dich Okay, komm ich runter Hier komm ich Was ist das los hier, Alter? Verladeflügel Ich glaub das alle Komm ich irgendwie durch Aber wahrscheinlich erst wenn Nyphy Seinen Kettensägen-Aufsatz hat Okay, komm ich auf jeden Fall hin Tja, dafür kann man Aber was ist, wenn ich runterlehe? Will ich dir mal Okay Okay Keine Ahnung was das für ein Fahrzeug hier ist Hört ein bisschen was von einem Warthog vom Halo Ja, ich erinnere mich gerade so ein bisschen an Ja Irgendein Horror-Spiel Ich glaube es soll ja auch mehr Horrormäßig sein Aber Ich weiß es nicht Spann dich Spann dich Ich glaub hier ist irgendwie Keine Ahnung Warum ist meine Taschenlampe so am Arsch Ich glaub hier ist irgendwie ein riesiger Arm Die waren irgendwo eingen Ich hab mal welche gearbeitet, aber Irgendwann ist sie aber ganz faul Alter Eita Das ist ein sehr wichtiges Package Alle meine Träume haben gesehen, dass meine Familie und mein Hausplanet auf sie sind Also, woher ist es? Uh, wenn es irgendwo ist, sollte es hier sein Das ist die Miss Packages Room Aber glaub mir, du solltest einfach vergessen Und einfach weg, während du noch die Chance hast Keine Chance, uh uh Wir sind nicht so weit gekommen Wir beginnen diese Package ab, Bounty Hanna Eine von ihnen wird mir sein Start knifing sie Schachten Mehr Scha- He 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 Come on, what are you waiting for? Let's cut off the fuck Dammit, not that one Try not to try all of them, cut them all open He 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 Das ist das halt Da war ein Schuh Ist das denn? Ist das denn los? Ist das denn los? Ich sehe Gar nix Mal sehen 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 Ist das hier oder nicht? das muss ich tun das muss ich ich habe keine ahnung was ich tun muss ich habe gar nicht zugehört was er gesagt hat das ist ein pack im spiel was muss ich machen ich sehe gar nichts keine ahnung ich weiß nicht ach gott jetzt habe ich für den ganzen vorne Das war's. Das war einfach. Fuck. Das war's. 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 so ist das scheiße so 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 We are going to die. We are going to die. And we are going to die. And that's the problem. More work. More work. More work. Oh, I feel sick. Oh my God, thank you. Was that so hard? It is. Just do that every time. Oh my God. Oh my god, please help me. They're still using us as drugs. You gotta help me. Oh great, they're trafficking humans. Okay, well now we have to do something. Please no, don't seal me up all, don't seal me up. There's more of us. Tell someone, tell anyone, please. Look, I shouldn't have to remind you because this is all in a handbook, but do not fall for any of the products, please, for help, okay? It is not your concern. All you need to do is you need to seal them up. That's all you need to worry about, okay? 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 No. We don't need to work or betray anyone's species. We just want my fucking package. And yeah, sure, we'll take this place down and save all the humans. I guess. Come on, let's move, Bounty Hunter. Cool, I have saved people. Hey, how the fuck do we get out of here? Hey, hey, hey. Hey, hey, you really need to get back to work now. Shut up. We don't want to make Muxu sad. Please. If we don't do our job, you know, I'm the one who's going to get in trouble. Oh, thank God, there you are. Stillson, my favorite fella. Oh, don't know, you're infected. Stay. He's back. What, this guy? Nah, he's harmless. Don't worry. He can't control us. No. That's not true. I control you. I'm your boss. Hey, Stillson, what do you got for us? Oh, I found your package. I mean, if your boss would let you have it. I won't. Oh, my gosh. My package. Oh, thank you, Stillson. You're the best. Oh, my God. Oh, my God. This can't be real. Is this really full change almost? Oh, I used to have one of these back on my home planet. Fuckin' hell, I feel amazing. I'm more powerful than ever. Come on. Come on. Swing me around a bit. Oh, yeah, that feels fuckin' good. Okay, now, sapiens, let's not switch it. Fuck. Oh, girl, you're really not gonna listen to me anymore, are you? I don't like this, right? What are you doing? Try out my new chainsaw upgrade! Oh, let's see if it's like this. Okay. Okay. I know that. I'm a front guy. I get spot. I really do. Fuck you! Let's fuck everyone up! This is the Nightmare. Man, 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 truth is the shine of chainsaw man. Kumpel niemand auf dich gehört. Bissens gonna go on. Wissen to? Da. Look, whatever you do, do not break the number one rule. What's the number one rule? Oh, right, I need to tell you the rule. So you don't break it, okay? Muxalana Divebook, page 37, article C. Employees are not allowed to slice up any of the linked pustules that protect each of Mux's vital organs. Respectfully, not with a chainsaw. Huh, I'm not going to say that specifically. In the event that those pustules are damaged, employees are absolutely not allowed to attack the relevant vital organ. You can definitely do not do this to each of the vital organs scattered around the facilities. So you're not going to do anything, right? Oh, yeah, yeah, sure, definitely not. No, 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 stupid guy. Super, 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 super. Oh, fuck yeah. Take that, you disgusting omniscient slime. Ah, what the fuck? That was my devoid numeral. I need not to understand numbers. I'm sorry, Mux. I'm sorry. I told him not to hit you, I swear. I'm sick of employees. We have intruders. Not sure how many because of the whole I forgot numbers thing, but they're attacking me. Kill them. Oh, they killed me. There's a gun. Why would you do this to me? It would have hurt to kick down Mux in this whole operation while we're here. Ah, fine. We can kill Mux. But there's much risk of me. Don't begin. Okay. Er hat mir direkt einen Header gegeben. Das war... ...gut. Das war richtig gut. Dumm Sack. Warum? Warum? Ist das fast Pally? Die Frage ist, warum? Läuft das jetzt hier gar nicht mehr? Doch, jetzt. Ich bin hier wirklich geteilt. Tatsak, kraftig. Ja. Willen soll ich es einschieben? Werden nicht erschossen? Ja, hier ist ein Flur. My trickhole is feeling refreshed. Dein Glibber kannst du jetzt voll in den Arsch schieben. Ich bin hier in den Arsch schieben. Ich bin hier in den Arsch schieben. Oh, was die? All right, we just saved that human. I'm gonna go ahead and send them back to Earth for you. That's how we do it now. We have a whole system in place where we just safely send any human back to Earth if they need to be saved. And then they're fine. And you don't have to worry about them anymore. You know all this. There's no reason for me to say it right now. I'm just saying it because I'm annoying and I'm sometimes sorry about that. Yeah, let's do this! Yeah, yeah, komm her! Ich hab kaum, wo ich jetzt hier gelandet bin. Ach, in der... ...Paketverteilung. Ah, okay, hier sind wir. Boah! Der war fast untergesprungen, ey! BK-WONDEN! 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 Boah! Der war fast untergesprungen, also? Diktig! Ja, wie? BK-WONDEN! Das war's für heute. Das war's für heute. So yeah, that's it. I'm a knife, so I love the stab. The end. I'm a knife, so I love the stab. Okay, I think I'm wrong. I'm a knife, so I'm a knife, so I'm a knife. I'm a knife, so I'm a knife, so I'm a knife. Okay, okay. Okay. Cool, dass ich noch ein paar Mods kriege. Okay. 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 oh you're gonna kill me Hey, wo denn? Nein, 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 nein. Wird das denn? Oh, fuck. 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 Hey, uh, Gene again? Where are you? Your, uh, signal's got dark. Hope you're okay and not dead or anything. Is, uh... God. It would actually be sad if you died. That... that's real. That's the first time I've ever really put that thought together. But if, uh, you died, it would seriously fuck me up. Jesus, uh, don't be dead, okay? So, I bet you're wondering a bit about me and my whole field. Oh, that's only natural. Well, uh, let's see. Oh, muck spawned me in a group of 1,000 parasites. I worked as a manager for a bit. I was, uh, how would you put it? Not performing on par with muck salon standards. So, I ran away and pinned the duffalo for a bit. And that got old. And now I'm back for another go. Simple. Compellent. Well, I guess that's that. Uh, I'll let you go back to whatever you're doing. Hey, what is the end point? Hey, what is the end point? Okay, since I can't remember math anymore, I forgot how many hours there are on a work day. Is it 800? It feels like it's 800. Okay, so everybody just do 800 hours of work today, okay? Thank you. Okay, I don't know how to do that. Okay, I don't know how to do that. And now I'm running, go. And now I'm eating it. jetzt sind wir doch einmal Hey, dann, Sudo, ich wollte euch nur noch mal sagen, dass man die Zeit vertreten kann, dass man die Zeit vertreten kann. Und man kann die Zeit vertreten, wenn sie langsamer sind, weil die Zeit vertreten kann. Also, das ist wahrscheinlich so, wie man einen dieser Zeit vertreten kann. Wie ich denn lobt? Oh, yep, there you go, you slowed down the fan, perfect. Yep, walk, walk right through it, go, go on, have fun. Hello again! Oh, shit, what's that? She's picking up her boys like a robbie man! Hey, 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 did you do that. I hope you've been baptized, because you're about to go straight down. Shit, I was using that! Ich sehe einfach gar nichts, oder? Okay, nö, keine Ahnung. Oh, perfect! The sorting room. Ah, we can actually get some work done. All right, sort these packages by... Oh, are you kidding me? No, bloody, why? Please, please, just be a fucking do for me. It's the only way to get to the next task, which will be even more fun. I'm telling you, there'll be a lot more stuff you have to do it, okay? It's easy. Just knock the box into the right hole. Just for a few minutes. Fucking couple of minutes. This is all the event he had got. Oh, boy. Oh, boy. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. One time, Tommy, another parasite I went with, and he came along for his parents' sake. His horse didn't believe so much and put two packages on the belt, clogged the machine. Everyone was talking about the rest. Caused an override, a whole big mess. Forced the emergency room to open it. Okay, this is how things should... Oh, no, no! That's wrong! What are you doing? Very good. Great work, okay? Now, just do fast. Do fast. Okay, thank God you did it. Could have been faster, but fuck off. Yep, right, right, of course. Fucking off now. Ha, 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 ha. The doshi. Attention, intruder. Especially tonight. I took a peek at our internal shipping logs, and I learned a bit about your little roam world. What? Cute family you got there. What the? Bring it out of my business. Do you think it's very difficult for me? I asked the people to drop off a shipment by rain and clear explosives on... Oh, yeah, fuck yeah, another one down. Gah! Oh, fuck, fuck. Oh, shit. Oh, I needed that organ to pee. Now I got to learn how my employees feel. That's bullshit. Oh, God. She's gonna kill us. We're dead. We're absolutely dead. I mean, she's gonna completely destroy us. Oh, okay. It's okay, Gary. The Muck still has plenty of organ. She's got a lot of organ. I don't know. How do I get up there? There's something in there. Okay, go to the administration office now. No organs in there. Just a nice, calm place to focus on work. And I bet you're wrong. You've got no choice but delicious. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Das ist echt ein Warthogs. Von Halo bis zu. Hä? Da hinten, so Sack. Da hinten, so Sack. Hey! Hey! I take that personally! Shows up a mission! Da hinten! Attention graphics card. We're pivoting to AI art. No more old stuff. Hey! That hurt! Hup! All that on and on, he grabbed me crazy. T- Hup! B- W- B- B- Ah, wir waren immer gefetzt. Alter. Oh Nein, ich habe es gesehen Das war schon ziemlich cool eigentlich mit der Kettze hier so durchzuheizen Oh Wow! More enemies coming! Sorry to interrupt. Just keep doing what you're doing. I hope you don't mind if I watch, though. After all these years of hiding in the darkness like a coward, it's nice to see something in the dark. You're annoying enough without having to listen to you. That's right! You came along, and now you're gonna change this place for us, so thank you for that. Ah! Fights at all! The other guys are gonna change the creatures, so we'll get the best. Yeah, you're gonna do things to be careful. Oh, yeah. Oh, no. Ja, das geht ein bisschen runter, aber ich kann am Hoppet fahren. Cool place for an employee bathroom. Oh boy. Oh, so you found the bathroom. I was hoping you wouldn't have to see this, but I'm glad you did. This is what I'm talking about. Pure evil. I've never been in a room more evil. You see? This carpet light? It took me months. Yeah, truck. We're right there with ya. Yeah. Well, you did something. Uncluck the toilet, baby. I can tell that I am proud of you. I'm proud of you. So. So good. Well, let's go. We don't need to go. But... No, no. ja gut dann würde ich sagen wenn ich mal das video das hier bin damit dabei war ja dann mal gucken dass wir jetzt hier den die verwaltung bekommen finden sehen ich habe keine ahnung wo ich hin muss die zentrale kammer verwaltung wird irgendwo hier rumgeistert aber keine ahnung wo was ich hier noch weiter kann oder nicht also ich werde auf jeden fall im nächsten video sehen und gucken dann zu sehen dass wir die ganzen sticher keine platt machen wir haben gespannt lange die überhaupt generell dieses dlc geht oder ob das nach diesem hauptversteck da schon vorbei ist aber mal gucken werden wir sehen wenn ihr Bock drauf habt dann seid gerne beim nächsten mal dabei mich ganz gerne darauf freuen und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden fall noch einen schönen Tag bis dahin und tschöpöö bis dahin und tschöpö